Huh, ein Glück hat er mich noch nicht bemerkt. Oh. Ja, das war doch gar nicht so schlecht. So. Wie sind die so schnell hierher gekommen? Entdeckt worden! Pissnaken, ey. Solche kleinen Schwanzlutscher hier schon wieder. Können wir mal die Eier knutschen. Ja, genau! Guck mal, wie ich den dann nicht mal runterziehen kann irgendwie, ne? Wie arschig ist das denn, Alter? Dem gebe ich jetzt so eine Kugel in den Kopf einfach nur. So, schön zielen und dann... Tschüss. Warum nicht gleich so? Das ist viel einfacher. Unglaublich. Oh, verdammt. War so klar. Ja, denke ich auch. So, Kollege. So. Aha. So, jetzt aber... Okay, bei mir ist gerade der Ton weg gewesen. Ich suche auf die anderen Schiffe ab, wenn ich aus. Es gibt sicher Gefangene, die eure Ansprüche nicht haben. No, und? Ihr habt zwei Tage. Ihr habt die beiden. Danke. Fällt euch in der Green Dragon Tavern in Potsdam, die gewählten Männern. So treffen wir euch mit unserem Anführer. Okay. Charles Lee wird also wahrscheinlich da sein. Oh, oh. Das gefällt mir gar nicht. Hier so ein scheiß Dings. So, den Käpt'n eliminieren. Den da. Soll ich ihm eine Kugel geben? Ja, komm. Und tschüss. Was, ich? So. Plündern. Und eine Runde nachladen. Oh, der hockt da in aller Ruhe rum. Alter, jetzt kann ich wieder zurückschwimmen am Arsch. Und bam. Jawoll. Die letzte Ruhe. Das hätten wir. HMS Jersey. Ich finde... Okay. Was? Achso. Gut. Ich wollte nämlich mal eben ganz kurz gucken. Hier die Datenbank. Haben wir nämlich zu 92% vervollständigt. Nicht schlecht. 78% Synchronisation. 36 Tiere entdeckt. Okay. Hey, geil. Nicht schlecht. Bin ich wieder hier am Land. An Land. So, ich würde jetzt mal ganz gerne. Ich würde ja jetzt mal ganz gerne. Wenn ich schon dabei bin. Oder wenn ich das mache. Mal eine Schnellreise dorthin machen. Und dann mal ein bisschen die Tunnel zumindest jetzt nochmal am Ende. Ich weiß. Lohnt sich nicht mehr großartig. Aber ich würde es trotzdem mal machen. Vielleicht kann man da ja noch irgendwas entdecken oder so. Ich will wenigstens nochmal mich ein klein wenig umschauen. Ja. Wirklich in den Untergrund von New York reisen. Ach ja. Hätte ich schon viel früher machen sollen. Aber naja. Hier können wir nicht lang. Aber hier kann man noch lang. So, dann schauen wir doch mal. Hier ist noch Fackel anzünden angesagt. Sehr gut. Oh, was haben wir hier denn Schönes? Auch nicht schlecht. Ah. Das zeigt mir an, wo ich schon welche entdeckt habe und wo noch nicht. Oder was? Ja, das ist natürlich scheiße gelaufen, dass ich das erst jetzt entdecke. Hier mit dem Untergrund. Ja. Ablegen. Genau. Oh geil, das führt ins Nichts. Aber ist auch gut zu wissen. So, laufen kann ich hier nicht schneller. Komm, einen Ausgang will ich hier noch entdecken. Hier unten sind auch Feinde? What? So, die schicke Kleidung. Auch nicht schlecht. Bam. Okay, warum ist die Minimap jetzt auf einmal so anders? Soll das so sein? So, Fackeln wir noch das hier an? In diese Richtung, oder was? Ein Pfeil nach unten. Gucken wir mal ein bisschen weiter hier unten noch, was hier ist. Alter, das ist ja hier das totale Labyrinth. Ah, okay. Das ist schon mal gut, dass hier einfach nur ein Kreis ist. Aber es ging hier ja noch in eine andere Richtung. Ja, genau. Geradeaus weiter. Schauen wir doch mal, was geradeaus ist. Ich weiß gar nicht. Muss man jedes Mal in den Untergrund und entdeckt dann nur eine einzige Schnellreisestation? Oder wie ist das hier? Na ja. Werden wir sehen. Ich will nur einen Ausgang entdecken, dann bin ich auch schon wieder raus. Also, keine Angst, wird jetzt nicht allzu lange dauern. So. Hier haben wir noch was. Alter, das ist ja echt total groß hier und verwirrend und... Oh Mann. Ja, hier hätte ich noch einige Zeit im Untergrund verbringen können. Verbringen müssen eigentlich. Hätte ich verbracht. Na ja. Egal. Ich gucke jetzt mal hier nach. Ich weiß gar nicht, wie das ist jetzt mit den Ausgängen finden. Findet man die automatisch oder... Weil bisher irgendwie habe ich noch gar nichts entdeckt. Alter, noch eine Weggabelung. Okay, das ist schon mal gut. Hier ist wieder Kreisverkehr. Und hier wahrscheinlich auch. Ja, sehr gut. Dann haben wir das hier schon mal abgehakt. Ich gucke nochmal kurz auf die Map. Ach du... Kacke! Ja. Okay. Oh Mann. Das hätte ich schon viel früher machen sollen. Dann hätte ich vielleicht... Ähm... Ein paar mehr Schnellreisestationen gehabt. Zünden wir natürlich auch hier an. Hier ist der. So, haben wir hier denn was? Ach Gottchen. Was ist denn das hier? Oh. Mann ey. Ach du Scheiße. Das gucke ich mir ein anderes Mal an. Wenn ich da jetzt reingehe, dann komme ich da nie wieder raus. Wahrscheinlich. Dann brauche ich ja noch länger. Nur mal ein bisschen erforschen. Ich will irgendwas Geiles eigentlich finden. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf. Alter, diese Beben hier förmlich. Die gefallen mir gar nicht. Wie lange soll es denn, wenn wir unten bleiben? So lange sind wir auch. Er hätte uns doch wenigstens Wasser geben können. Zack. Jawohl. Ja. Wie geil war das denn? So. Na? Fertig nachgeladen. Jawohl. Weiter geht's. Was ist hier? Ist hier so ein Ausgang? Ich will mal kurz. So kann ich auch nichts machen. Na gut. Dann gehe ich mal weiter. Ah. Super Tor. Das bringt es ja echt total. Ja. Scheiße, Mann. Alter, und was ist hier? Da kann ich so nicht rein. Oh Mann, ey. Und es nimmt kein Ende. Es geht immer noch weiter, ne? Das ist echt heftig. So, dann schauen wir mal. Vielleicht haben wir jetzt ja hier mal Glück oder so. Alter, und es hört nicht auf, ne? Ich habe jetzt noch zehn Gänge, die ich noch nicht überprüft habe, weil ich immer einem quasi gefolgt bin. Ist es das, was ich glaube? Ein Ausgang? Da komme ich nur von der anderen Seite ran. Wollt ihr mich verarschen? Ach Mann, ey. Was soll denn die Kacke? Ja, das ist natürlich scheiße. Ich muss jetzt nur hier einen Ausgang finden, damit ich hier auch wieder rauskomme, ne? Ha. War vielleicht nicht ganz so klug, äh, jetzt hier in den Untergrund zu gehen. Scheiße. Ja, das ist doof. Okay, das ist der Gang. Der führt auch nur in der Sack. Also gut, dann habe ich das jetzt zumindest schon mal abgehakt. Jetzt kann ich ein bisschen weiter zurückgehen, wieder in Richtung Ausgang. Und dann die anderen Gassen noch überprüfen. Ich will hier wenigstens nicht ganz leer rausgehen, ne? Ja, abstellen, genau deswegen. Was ist das hier für ein Geräusch gerade gewesen? Okay. Ah, da komme ich auch nur von der anderen Seite ran. Am Arsch, ey. Okay, hier kann ich hochklettern. Was auch immer mir das bringen sollte. So, die Sprünge habe ich jetzt hier inzwischen relativ gut drauf. So oft, wie ich die schon machen musste. Okay. Bisschen runter muss ich wahrscheinlich. Oh, okay. Ein Glück, dass das geklappt hat hier. Nein! 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 Wieso? Och, nö. Komm schon, da muss irgendwas sein, wenn ich schon so weit klettern soll hier. Nein, das solltest du nicht machen. So, Connor. Rüber da mit dir. Scherde. Okay. Ja!